Willkommen bei Schlesien Journal. Der Verband der schlesischen Landfrauen besteht aus 28 Ortsgruppen in der Opelner Wojewotschaft und drei in der schlesischen Wojewotschaft. Im August treffen sich die Landfrauen immer zum Jahrestreffen. Dabei gibt es die Gelegenheit, sich besser kennenzulernen und Erfahrungen und Projektideen auszutauschen. Dieses Treffen findet jedes Jahr an einem anderen Ort statt. In diesem Jahr war die Ortsgruppe Krein Strelitz der Gastgeber. Das diesjährige Treffen der schlesischen Landfrauen begann mit der Besichtigung des Schlosses in Rogau. In Gruppen haben sie sich angeschaut, was einst erbaut wurde. Geschichte und Kultur sind für die schlesischen Landfrauen sehr wichtig. Sie bemühen sich, diese an die jüngeren Generationen weiterzugeben. Das ist das, was wir leben. Wir stellenen sich das, dass wir das müssen, dass wir das machen müssen. Und wir müssen das machen, weil niemand das für uns nicht macht. Das ist unser besonderes. Das ist unser obowiązek. Wir müssen das. Nichts innego bleibt. Um Kultur und Tradition weiterzugeben reicht kein trockener Frontalunterricht. So hat zum Beispiel der Frauenverband im Keller des Kulturhauses in Walzen eine Heimatstube eingerichtet. Hier kann man eine Reise in die Vergangenheit machen. Gebrauchsgegenstände, Stickereien und Werkzeuge, die von den Vorfahren benutzt wurden, gibt es hier zum Anfassen. So kann man viel über die Geschichte lernen. Das ist einer der Beispiele für die Aktivitäten der Landfrauen. Wir sind in verschiedenen Vereinen auch. Wir sind auch in der Gemeinde, im Rat der Gemeinde. Wir sind auch im Fahrrad, bei der Kirche arbeiten wir. Manche von uns sind auch in der Feuerwehr und wir sind auch in der Schule. Wir sind überall, wo man Hilfe braucht. Viele Frauen arbeiten auch in Caritas, bei der Kirche und außer der Kirche. Wo Leute Hilfe brauchen, wo wenn wir gebraucht, dann sind wir einfach. Doch nicht nur Kultur, Geschichte und Traditionen sind für die Landfrauen wichtig. Was sie ausmacht, ist kochen und backen. Ihre Spezialitäten präsentieren sie bei verschiedenen Wettbewerben im In- und Ausland, vor verschiedenen Juries. Seit 19 Jahren präsentieren sie ihre Kochkünste bei der eigenen Ausstellung der Ostertische. Dabei hat jeder die Gelegenheit, die deutschen und schlesischen hausgemachten Spezialitäten der schlesischen Landfrauen zu probieren, sich das Rezept geben zu lassen und sich Tipps und Tricks von den Expertinnen zu holen. Von wo habe ich meine Rezepte? Ganz offen gesagt, aus dem Kopf von meiner Mama und von meiner Oma, was habe ich zu Hause gemacht. Und hauptsächlich von mir allein, weil ich sage, das muss von mir kommen, von meinem Tisch, aus meiner Küche und das muss von eigenen Produkten sein. So wie die Nudeln. Die Nudeln mache ich aus meinen Eiern. Nur von Eiern, nur von Mehl oder von verschiedenen Mehl. Aus dem Dinkelmehl mache ich auch Nudeln. Das ist das eigene Produkt. Aus meinem Kopf ausgedacht. Aber das Gebackene, das ist von meiner Oma, Frau Oma und von meiner Mama. Die alten und neuen Rezepte haben die Frauen auch bei ihrem Jahrestreffen ausgetauscht. 200 Mitgliederinnen des Verbandes der schlesischen Landfrauen haben sich am 15. August in Kleinstrelitz getroffen. Am gemeinsamen Tisch tauschten sie sich aus. Die Gespräche kreisten um Zukunftspläne, Gesundheit, Kochen und das alltägliche Leben. Oft wurde der Platz gewechselt, um mit so vielen Verbandsmitgliederinnen wie möglich zu sprechen. Aber auch um zu lachen, tanzen und einfach gemeinsam Spaß zu haben. Der Vorstand nutzte das Jahrestreffen, um einige Mitgliederinnen des Verbandes auszuzeichnen. Die Auszeichnung Pstuka, also Biene, ging an diejenigen, die sich in dem Verein der schlesischen Landfrauen besonders engagiert haben. Die Brosche in Form von einer Biene bekamen auch Vorsitzende der drei neu gegründeten Ortsgruppen. Seit 20 Jahren arbeitet der Verband schlesischer Landfrauen mit dem Landfrauenverband aus Altenkirchen zusammen. Am letzten Augustwochenende haben die Frauen ihre kulinarische Spezialitäten in Bad Moskau präsentiert. Und nun Neues aus unserer Reihe Hallo DFK. Heute besuchen wir den DFK Beuthen, der uns in seinen neuen Sitz empfängt. Der ganze Stolz der Beuthner Gruppe. Vorsitzender ist Martin Jaksik. Mit seinen 27 Jahren ist er einer der jüngsten DFK-Chefs und für den DFK ein großer Gewinn. Ein bisschen provisorisch sieht es am Eingang noch aus. Hier haben die Beuthner seit März 2017 ihren neuen DFK-Sitz. Doch die Bauarbeiten dauern an. Innen sieht es aber schon ganz gut aus und es ist alles da, was ein DFK so braucht. Der DFK-Vorsitzende Marcin Jaksik besonders stolz. Heute ist Mitgliederversammlung. Die neuen Projekte werden besprochen. Der DFK plant schon jetzt für das kommende Jahr das Kreiskulturfest der deutschen Minderheit. Jeder Mensch hat irgendwelche Hobbys. Ich persönlich bin im Ruhestand und man muss irgendwas machen. Man kann sich einfach nicht abschalten oder ausschalten und fertig. Jetzt bleibe ich zu Hause im Garten. Aus diesem Grund engagiert sich DFK-Vize-Vorsitzender Josef Kravtschik bei vielen Projekten. Darunter das Kreiskulturfest der deutschen Minderheit, das immer im Beuthner Theater Rosberg stattfindet. Seit einem Jahr arbeitet der DFK auch mit der Stadt Beuthen zusammen. Sie hat den neuen DFK-Sitz zur Verfügung gestellt. Die Stadt ist für uns, wie man sagen, so ein kleines Glück. Weil die Zeit, die wir haben, kann man in dieser Stadt organisieren, dass wir in dieser Stadt ein wenig organisieren können. Eine Reise in den Süden ist für andere Schick und fein. Dort zwei kleine Italiener, Mächte und Gärten. Weil der neue DFK-Sitz viel größer ist als der alte, kann dort auch das gut besuchte Volksliedertreffen stattfinden. Gemeinsam singen und schunkeln die Beuthner zu Liedern der Wilde Kaherzbuben und Heino. Gemeinsam singen und Heino. Kiedy haben wir Gespräche mit der deutschen Musiker, die Mitglieder von verschiedenen Gruppen kommen gerne an diese Gespräche, weil sie wissen, dass sie da eine schöne Musik können, von ihren Jahren, von den 70ern, 80ern, und sogar neue Produktionen von letzten fünf Jahren. Das ist für sie eine große Herausforderung. Sie sind dann sehr positiv geworden. Für viele DFK-Mitglieder ist das Liedersingen eine Reise in ihre Jugend. Damals war Marcin Jagtschik noch gar nicht auf der Welt. Der DFK-Beuthen, er vereint die Generationen. Das macht ihn besonders. Wer mehr über den DFK-Beuthen erfahren will, dem empfehlen wir, sich auf der Facebook-Seite Mnešoš Nemeczka v Betomju zu informieren. Dort finden Sie viele Fotos zu den zahlreichen Projekten sowie Kontaktdaten zu den Ansprechpartnern. Und nun eine Info im Schlesien-Journal. Das Projekt Archiv der erzählten Geschichte wird seit dem Jahr 2009 organisiert. Nun sollen auch alte Fotos die Interviews der Zeitzeugen bildhaft machen. Im Rahmen der Aktion Unbekannte Fotos werden alte Bilder, Dokumente, Briefe, Postkarten, Tagebücher und vieles mehr. Eine Art Galerie bilden. Das soll zeigen, wie das tägliche Leben von Menschen in Oberschlesien ausgesehen hat. Die Bilder und andere Dokumente müssen nicht als Originale eingereicht werden. Es reichen Kopien. Das Haus der deutsch-polnischen Zusammenarbeit nimmt ihre Andenken an die Vergangenheit gerne entgegen. Man kann sie bis Dezember 2017 zuschicken. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite www.haus.pl Das war's bei Schlesien-Journal. Schalten Sie wieder in eine Woche ein. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020